Die Musikschule Bocholt feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Mit einem Konzert im städtischen Bühnenhaus wurde das Jubiläum jetzt gebührend gefeiert. Rund 50 jugendliche Musikschüler trafen auf die RTL Allstars und zeigten ein Konzert mit vielen Überraschungen im fast ausverkauften Haus. Bekannt geworden sind die Allstars in der Sendung RTL Samstagnacht. Unter der Leitung von Martin Ernst standen die RTL Allstars mit zahlreichen Stars wie Joe Cocker oder Michael Jackson auf der Bühne und wirkten in vielen TV-Sendungen mit. Das gemeinsame Konzert stand unter dem Motto Profi meets Students. Und dass die Musikschüler aus Bocholt, Rede und Isselburg mit den Profis mithalten können, zeigten die Solo-Einlagen der verschiedensten Künstler. Und dass die Musikschüler aus Bocholt, Rede und Isselburg mit den Profis mithalten können,